Wenn uns jetzt der Trickster verfolgen würde. Vertricksen würde? Vertricksen. Warum? Weiß ich nicht, weil ich den noch nicht gesehen habe. Oh, es ist Freddy. Sicher? Achso. Vermut es mal. So, ich bin draußen am Gen. Sehr gut. Und benutze gleich erstmal meine Reparatur-Kist. So, Freddy. Ich hasse Freddy. Der ist so der Power-Day. Das war ja ein Flop mit meiner Reparatur-Kist. Der hat ja nicht so viel gebracht. Er ist schon hier irgendwo bei mir. Okay. Viertel habe ich vom ersten Gen. Sag mal, wenn ich daneben drücke und dann wache ich auf, ne? Bei Freddy war das so. Ja. Ah, ich weiß, wo die Killer-Header sind. Und wo? Kann ich dir nicht beschreiben. Bist du der Killer-Header? Ist es raus? Nein. Bist du es? Es ist nicht da, wo... Ach doch, es ist wirklich da, wo auch der Keller, der andere Keller ist. Sag, steck ich jetzt mal runter. Oh, sie sind hier am Ende der Map bei mir. Ich glaube, gegenüber habe ich sie rausspringen sehen und wurde kurz davor verletzt. Wer sie? Ja, irgendwer hier. Die. Siehst du da links? Pack hier Wurst und direkt dem Raccoon. Ach so. Ich bin echt angeschnetzelt. Ich sitze dann in Gen, du auch? Ja, ja, ich bin gleich fertig. Und ich werde mal zum Wecker rennen, denn ich will mich aufwecken. Denn jetzt, wo ich weiß, dass diese... Scheiße, ich habe Herzschlag. Also nicht Herzschlag, aber ich höre ihn sehen. Ah, ich sehe den einen Johnny, er ist niedergebrezelt. Ah, da. Sehr gut. Ah, da wird natürlich herkommen. Nee. Wo ist das? Äh, genau in der Mitte der Map. Ah, da. Okay, er hat sich irgendwo hingemorpht. Er ist weg. Wo ist er hin? Ich gehe mal retten. Ja. Ah, ich kann dich auch retten. Ich bin direkt da. Nee, ich auch. Und ich habe, äh... Mach's nicht. Mach's nicht. Ich mag... Geliehene Zeit oder was? Ja, ich auch. Ich bin direkt da. Stimmt doch gar nicht. Wollen wir... Wollen wir heilen? Ich habe ihn. Also ich habe... Wir schaffen das. Wir schaffen das. Bleib doch sitzen, du Trottel. Okay. Dann nehme ich einen Wecker. Ich wecke mich mal auf. Zack, ich bin wieder da. Also, eben hier und jetzt. Oh Mann, er ist... Oh, er hat... Hm? Wer ist hier? So ein Idiot. Nee! Sag mal, ihr Arschlöcher. Ja, pfff, was soll ich denn wissen hier? Ja, du sitzt da mit deinem... Wie so ein fetter Sack, ey. Das gibt's ja wohl mal nicht. Ich sitz nicht da. Ich wollte dich retten. Oh, er verfolgt mich nicht. Wie nett. Wieso wolltest du ihn retten? Ich war doch da und hab gesagt, wir schaffen das. Ich habe... Wir schaffen das. Es geht super schnell. Ach so. Das hieß, wir schaffen... Ich dachte, wir schaffen das so. Nach dem Motto, komm mal her. Wir schaffen das. Soll ich dich heilen? Nein. Doch, bleib mal stehen. Ich kann dich heilen und wecken. Ich kann dich auch wecken. Ich kann dich auch wecken, dann. Ich bin da noch nicht... Also, echt. Wie die fetten Säcke. Wie die dicksten Wachenschweine der Welt. Ich wollte meine heilen... Stellt ihr euch in meinen Weg. Meine heilenden Hände wollte ich auf ihn legen. Weißt du, der Typ geht an den Jen und wollte sich wecken und hat nämlich absichtlich daneben gedrückt. Und dann kam natürlich Freddy von Furzenberg. So, bitteschön. Danke. Lass uns mal zusammenbleiben. Ist der gerettet eigentlich auch, ne? Guck mal, hier oben ist doch auch ein Jen. Dann geh ich halt hier hoch. Oh, aber nicht den Solo-Jen machen. Weiß ich nicht. Ja, das ist der, ne? Ja, doch. Ich mach mal hier neben dir in dem Raum. Die Kischt auf. Warte mal, wenn ich bei dir bleibe, kannst du schneller reparieren. Stimmt. Aber der andere muss gerettet werden. Oh, guck mal hier. Ich hab ne Kischt. Weck mich mal schnell. Wo bist du? Da kann ich den retten. Okay, ich gehe. Was hab ich denn von der Karte... Oh shit, das war dumm. Er ist unten im Haus. Unten. Er geht jetzt rein. Er geht hoch. Hau ab, hau ab. Okay, ich versuch den anderen noch zu retten. Ich hab mir ein bisschen viel Zeit gelassen. Ja, der ne... Scheiße. Äh, hast du... Du hast ja gar keinen Jen gemacht. Ne. Was macht ihr denn jetzt? Halt euch doch mal dann wecken, Johnnies. So. Er ist weg. Ich geh wieder rein. Leute. Hör doch mal auf, um zu retten. Alter, was sind das für Pappnasen? Hey, runter. Ja, die sind saudumm. Und dann erstmal wecken. Und dann erstmal wecken. Fuck. Jetzt penne ich gleich. Fuck, jetzt penne ich noch. Du bist noch wach. Ne, ich bin im Traum. Ah, stimmt. Ah, die sind noch wach. Ach, die wecken sich auch nicht gegenseitig, oder? Ne. Ja, die wissen es nicht wahrscheinlich. Ist das hier meiner? Ne, immer anders da drüben. Ähm, was ist mit deinem Jen? Hälfte. Aber du könntest zudem halt runtergehen in dem Keller, wo er uns überrascht hat. Hm, ja, ich weck mich erstmal. Oh, da ist er. Ich weiß nicht, ob dieses Wecken so sinnvoll ist. Jens machen. Ja, okay. Gischt. Leere Gischt. Ach, das war die Gischt, wo ich schon mal war. Wo ist denn das unten? Ich weiß nicht, wo das ist. Na, bei dem roten Truck. Die Kischt da runter und dann rechts rum. Scheiße ist er hier. Oh, er verfolgt mich. Ah, ich bleib aber auch wie ein Trottel. Okay, bevor wir uns im Wege stehen. Okay, er battelt den. Fuck, ey. Wieder hängen geblieben wie so ein dummer Dödel. Warum bin ich eigentlich das Objekt der... Wurstigkeit. Ja. In der nächsten Gen. So, der rote Truck. Wie komme ich jetzt hier runter? Das war ein Scheiß-Deal. Ich komme hier nicht runter. Das Haus ist halt dicht. Nein, es gibt mehrere. Der rote Truck ist halt fort. Oh! Fuck! Du hast ja überhaupt kein Terror-Radius, wenn du im Traum bist. Ja, da hast du nur den Gesang. Ja, aber den hast du ja immer. Nee, den Gesang hast du nur, wenn du im Traum bist. Ja, aber den hast du, ob er bei dir in der Nähe ist oder nicht? Nee, nein. Das ist dann sein Terror-Radius. Aber lauter wurde der nicht. Nee. So. Ja, ich komme dann zu dir. Du hängst das erste Mal. Ich bin Hälfte Gen, deswegen würde ich noch durchziehen, wenn es ist. Sehr gut. Es sind alle drei am Gen. Wenn er jetzt alle durchzieht, rennst du weg vom Gen? Nee. Einer rennt weg vom Gen. Zu dir? Das weiß ich nicht, was der macht. Doch. Er rennt auf die Straße. Nee, er wurde verfolgt. Freddy hat sich zudem teleportiert. Okay, ich bin gleich fertig. Nee, warte mal, er kommt irgendwie doch in meine Richtung. Doch, er ist bei mir. Und rette dich ja noch nicht, das weiß man nicht. Ja, das weiß man nicht. Sehr gut. Ich bin fertig. Ja, er rettet mich, glaube ich. Sehr geil. Rette dich, ja. Ja, ich komme zu dir. Ich muss erstmal kurz schauen. Dann renn nicht jetzt in eine andere Richtung. Ich habe dich gerade noch gesehen. Scheiße, scheiße, er hat nicht gesehen. Machs nicht. Nee, bleib unten 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 unten. Er verfolgt den anderen. Komm her. Komm zu mir. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Links, 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 hinter dem schwarzen Auto. Ja, hier ist gut. Ja. Also, bleib sitzen. Wenn du dich, äh, ich könnte dich auch erst wecken. Ich halte dich jetzt schnell. Weil ich gleich penne. Lass mich dich erst wecken. Lass mich dich erst wecken. Hopp. Wenn du den Jendern hier machst. Ja, weil ich in deiner Nähe bin. Und ich in deiner Nähe bin. Und ich in deiner Nähe bin. Dann geht es schneller. Oh, er ist sehr nah. Und der ist tot. Es geht nicht schneller, komischerweise. Was? Warum bin ich jetzt im Traum? Achso. Weil ich dich geweckt habe, ne? Da war ja was. Okay. Er kommt. Okay. Ich bin kurz im Schrank. Kann natürlich sein, dass er... Oh, kann das sein, dass er dich verfolgt? Nö. Er ist nicht mehr hier. Er ist nicht mehr hier. Ich bin über dir. Ich geb dir sozusagen Rückendeckung. Soll ich einen anderen Jendern suchen oder soll ich... Du kannst den hier machen. Ich hab ja eine Karte. Nein. Nein, 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 nein. Du musst den machen. Ich geb dir doch extra Punkte. Nein, nein. Es geht nicht schneller. Es ist eine ganz normale Farbe. Es ist nicht gelb. Du musst näher kommen wahrscheinlich. Dann warte mal. Du bist gleich im Traum. Dann wecke ich dich nochmal. Und dann ist das der letzte Jen. Jetzt nochmal wecken. Und dann mach das Ding fertig. Ich geh schon zum Ausgangstor. Das dauert noch ewig. Warte mal. Weck du mich noch einmal. Mach erstmal weiter. Du hast dann noch... In 5 Sekunden musst du mich wecken. Ist das bescheuert. Ich hab grad mal ein Viertel gemacht. Ja, komm. Jetzt weck mich mal. Ich warte jetzt noch kurz. Komm. Lass mich doch noch kurz. Da kann ich den anderen retten. Ja. Der kommt auf uns zu. Das ist nervig. Der kommt... Ja, der hat bestimmt Barbecue. Okay, ich rette dann. Gott, dauert er ewig. Was? Der gibt auf, der Junge? Der ist, glaub ich, hinter mir her. Okay. Soll ich den Jen machen? Ah, natürlich hat er mich bekommen. Nein. Nee, ich muss da noch mal rein. Ich muss eine Palette umwerfen. Okay. Nee. Ah, was? Oh mein Gott. Der hat so eine Hitbox. Hitbox of hell. Ey, ganz ehrlich, ich war schon... Wiggle, 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 wiggle. Ja, ja. Natürlich meinst du das. Warum? Warum machst du das? Weiß ich auch nicht. War saudumm. Das ist so duselig. Das war echt saudumm. Das war echt saudumm. Ich hätte gedacht, dass ich ihn dadurch block, aber ich block ihn ja wirklich null. Naja, es läuft hinter dir, ja. Und wenn der mich hittet, bin ich sofort im Traum, oder was? Ja. Oh, hallo. Ich bin tot. Ja, das war natürlich echt saudumm. Sehr gut. Jetzt, hier wo ich bin, da ist die Hütte des Killers. Da kommt die Box. Ich hebe auf. Ich töte mich. Ich töte mich. Warte mal kurz. Ich muss mich erst heilen lassen. Ich töte mich trotzdem. Dann kommt die Luke. Denk dran, du bist noch wach. Dort, wo ich gerade sterbe, da müsste jetzt die Luke kommen. Haha. Das war so dumm von mir. Gott, war das dumm von mir. Okay. Die Luke ist da. Nö. Nicht hier. Vielleicht unten. Bei mir. Unten? Ganz unten, wo ich gestorben bin? Nicht. Im Keller? Also ich nicht. Nö. Also ich würde behaupten, die ist nicht in der Hütte des Killers gewesen. Jetzt hör doch auf, so viel zu verbraten. Siehst du den Killer damit? Nee, ne? War nicht hier der Ausgang? Das ist weg, guck ich. Ja, da von rechts, da von rechts. Da hinten. Ja, ein bisschen rennen musst du schon. Sonst schaffst du es nicht. Die Ausgänge sind weit auseinander. Du musst es eigentlich nur zur Hälfte schaffen. Er hat keinen One-Hit-One, ne? Weißt du doch nicht. Oder du holst den Wecker links noch. Ich würde mich beeilen, er kommt. Jetzt Feuer. Zieh durch, sonst schaffst du es nicht. Ich mache es halt lahm. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Genau hinter dir, da müsste er. Da kommt er. Das schaffst du leider nicht. Fuck. Warum dauert das denn so lange? Los, lass dich wenigstens vom Entitus töten. Brett. Jawoll. Brett Fritt. Da ist noch ein Brett rechts. Wo ist er denn? Komm, geh wieder hin. Geh wieder hin, geh wieder hin. Geh zum anderen. Benutz doch die Map, wo es ist. Da. Wo? Hinten links, glaube ich. Da. Oder? Er schafft es eh nicht mehr. Nee. Ist es auch nicht. Mach das. Schade, ich wollte die Palette noch umschmeißen. Ja, dachte ich auch. Dass der Entitus noch einen auf den Deckel kriegt. Ja, aber spannende Runde. Es war natürlich, ich gebe es zu, es war ein bisschen mein Versagen. Ich wollte ihn blocken. Ich dachte, ich halte ihn wenigstens ein bisschen auf, aber das war... Nee, Mann. Und die Hütte des Killers war es irgendwie nicht. Nö, das habe ich auch nicht verstanden. Eigentlich sollte es die Hütte des Killers sein, da war es irgendwie überhaupt nicht. Naja, das heißt ja nicht, dass unbedingt der Keller in der Hütte des Killers ist. Das ist nicht immer so. Aber ey, der hat so eine scheiß Hitbox. Naja. Hip gemacht. Doch, aber da wo der Keller ist, das ist die Killerhütte. Nee, nee, nee. Nicht immer. Es ist ja auch manchmal nicht in der Killerhütte der Keller. Ist schon oft genug so, Scheiß. Nicht in der Killerhütte? Ja. Doppelte Verneinung, dreifache Bejahung. Gut. Und er hatte übrigens Mori, ne? Nee. Hier, One-Hit-Wonder. Doch, ja, stimmt. Hä, warum wurde es hier nicht angezeigt? Weil du im Traum warst, oder was? Es wird ja nur angezeigt. Es wird mir angezeigt, wenn er mir einen Schlag gibt. Vorher. Erst dann. Oder jemand anders. Oder jemand anders, ja. Ist schon gut. Oh, das ist ja ein schönes Bild hier. Ah, du bist unter mir. Ja. Kann sein. Ich bin genau über dir auf diesem Balkon. Alle sind unter mir. Ich gucke erstmal kurz auf die Karte und gucke nach einem Totem. Keines in der Nähe. Aber hier ist ein Jen. Komm zu dir. Ich sehe ja alle hier. Wir sind alle zusammen in der Nähe, ne? Hä, bin ich dumm? Hier ist er doch. Hallo. Oh, Michael guckt. Ja. Weg da. Woher weißt du es denn? Ja, weil ich ihn gesehen habe. Weil seine weiche... Weiße... Weiße Fratze mir direkt ins Gesicht... Wir hängen hier zusammen an einem nächsten Jen. Ich hab Angst. Ich weiß, was vor ist. Ich hab ja kein Ding. Also auch nicht. Der war auf jeden Fall in der Hauptstraße eben. Und da sind wir wieder. Er guckt. Leute, er guckt. Hau ab. Hast du die Katze oder wie? Nein, aber ich seh ihn halt. Ich mein, das ist eine rote Map und seine weiße Fratz sieht man halt schnell. Soll ich wieder dahin zurückgehen, wo wir waren? Ja, da kannst du eigentlich wieder hingehen. Da, wo du daneben gedrückt hast, meine ich. Ja, ja, kannst du. Na, wo wir eben waren. Ja. Oh. Oh, der hat mich gestalkt, ey, du Schwein. Wenn du ungefähr weißt, wo er ist... Der verfolgt ja gerade wen. Er stalkt uns weiter. Fuck. Ich hab Angst. Michael ist schlimm. Ja, ja, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Wie weit seid ihr mit eurem Jen? Ich bin ja das Opfer der Wurstigkeit. Er kommt jetzt so in deine Richtung. Von? Mebrand oder? Ja, Mebrand. Ich bin einem anderen Jen, mach den weiter. Oh! Hat noch viel gefehlt bei deinem Jen? Hä, was ist mit ihm? Warum schlägt er mich nicht? Ja, weil er dich stalken will. Er ist gleich in Stufe 3. Er will natürlich... Ich geh jetzt hier weg. Ich such mir einen anderen Jen, ey. Ich geh auf die andere Seite der Map. Ich geh auf die andere Seite der Map. Alter, der hat schon wieder irgendwas, dass er dann wahrscheinlich alle mit einmal killen kann. Ja. Alter, der stalkt hier ohne Ende. Komm her, Johnny. Wir müssen ja weg. Oh, ich seh ihn. Er ist auf der Straße sozusagen. Bei diesem... Scheiß, ich glaub, er stalkt mich. Pass auf, ne. Der hat bestimmt sowas, dass wir dann alle mit einmal voll drauf gehen. Komm her, Johnny. Wo ist er? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, ist das gruselig, ey. Muss man wissen, ob ich meinen Jen weitermachen kann. Jaaa, ich geh jetzt zu deinem Jen, aber irgendwie war er da gerade in der Nähe. Oh Gott, ja. Er stalkt mich. Okay. Ich hau ab. Okay, ich bin jetzt an deinem Jen wieder dran. Ah, ja. Ich auch, hallo. Jetzt bin ich hier dran. Kann sein, dass er halt gleich herkommt. Erstmal nicht. Da ist, glaub ich. Er ist oben auf dem Death Dog Saloon. Und stalkt hier runter. Oh. Wir müssen halt einfach Jen's jetzt machen, ne. Wir dürfen jetzt nicht immer zu abhauen. Der wird uns gleich alle one-hitten. Er fährt dann hierher. Ja. Ja, er stalkt dich. Ich fahrts ab. Ey, gleich bricht die Hölle los. Ich sag's euch. Wer ist denn wo ist? Der stalkt. Der stalkt. Der stalkt. Der stalkt. Der stalkt. Sicher? Ja. Machen, machen Jen. Ich bin da bei eurem Jen in der Nähe. Nein, da ist er. Wir müssen Jen's machen. Wir rennen einfach nur wild rum. Ey, Leute. Wenn wir alle aufeinander rumrennen, das bringt nichts. Der hat halt Ruinen, ne. Leute. Wenn natürlich derjenige, der verfolgt wird, ihn immer wieder zu den Jens lockt, ist das Ganze nicht besonders. Ich geh wieder zu dem anderen Jen. Ja, es ist sinnlos, wenn wir immer wieder zu den Jens rennen. Und alle auf dem Haufen. Wir müssen uns einfach mal verteilen. Fuck. Okay. Ja, toll. Jetzt haben wir den Salat. Und jetzt wird er uns alle one-hitten. Fuck. Ich bin der Falle. Ich bin der Falle. Jetzt hat er wahrscheinlich noch richtig schön Mori. Noch einen Jen, Leute. Noch einen einzigen Jen. Er kriegt die andere nicht, aktuell. Oh Gott. Er hat sofort Moria. Er kriegt die andere nicht. Das sehe ich anders. Sie ist tot. Er hat es jetzt forever. Wir brauchen noch einen Jen. Weiß ich nicht. Oh. Oh mein Gott. Er ist oben beim Dead Dog Saloon, wo ich gerade den Jen machen wollte. Können wir eigentlich sein Totem zerstören, dass der das hat hier? Nee, ne. Er hat mich. Er killt mich. Oh, die ist ja so hell. Wir machen zwei unterschiedliche Gents direkt nebeneinander, oder was? Ich bin tot. Er kommt. Zu uns, oder was? Weiß ich nicht. Ich habe ja keine Sicht mehr. Alter. Hey Johnny. Oh. Das war gut. Und das ist mein Ende. Gut. Du bist gut. Tja. Nein. 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 Ja. Ja. Tot. Ich habe es euch die ganze Zeit gesagt. Es war so dämlich, dass derjenige, der gestalkt wird, immer wieder zu den Gents rennt. Aber wer hat das denn gemacht? Ja, wir waren immer wieder bei den zwei Gents. Wieder bei den zwei Gents. Nee, ich war ja auf dem Dead Dog Saloon. Aber da hat er mich halt immer gesehen, weil das Außen diese Plattform hat, weißt du? Und dann hat er mich da riss geordnet, dann bin ich weg. Oh, sie muss die Falltür finden. Und vor allem hätten wir einfach die Gents da mal durchziehen müssen. Einfach durchziehen. Der hat Ruinen oder sowas. Die ging immer wieder zurück und der hatte so viel Zeit. Wir waren viel zu langsam. Uns hat nur einer gefehlt, ey. Na, mal schauen. Das wird sie niemals schaffen. Okay. Das ist gut. Man sieht sie ja gar nicht. Ja, aber das... Ja, sie will so ein bisschen hören, ob er da ist, ne? Die Katze vielleicht? Ah, die Katze. Die Katze ist einfach Gold wert. Sehr gut. Jetzt ist ihre Chance. Jetzt ist ihre Chance. Das kann sie echt schaffen. Wenn sie jetzt durchzieht... Die Katze klingelt nicht. Das ist gut. Selbst wenn er jetzt kommt... Das schafft sie. Das... Da hinten kommt er. Das geht aber noch schneller. Oh Gott, bitte. Oh Gott, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Da kam noch die Klinge des Todes an. Sieh. Aber er war zu weit weg, weil sonst hätte er sie gekrapscht mit seinem Schlag. Alter, was für ne Runde. Was für ne Runde. Das war der Hammer. Was war's? Lass mich raten. Er war... Ich sag, er hatte Stufe 3. Glaube ich nicht. Acht. Acht. Ja. Und wir haben mit Stufe 4 und 4 zusammen gespielt. Ja. Ja. Auf jeden Fall richtig spannend. Ich find Michael ist immer spannend. Da weißt du nie, was passiert. Er steht nur da. Auch der erste... Mal schauen, was er hier hatte. Richtig krass. Spiel mit deinem Essen. Verblüffen. Du springst schneller. Brutale Stärke. Beständig. Hä? Aber der hatte doch... Ja, der hatte hier One-Hit. Ist doch das letzte Grabstein. Nee. Nein. Hat er nicht. Achso, One-Hit meinst du im Sinne von... Töten. Hä, und wie hat der denn alle getötet? Na, das hier. Das erste. Schalte die Fähigkeit frei, mit Diabolik 3 gesunde oder verletzte Überlebende zu töten. Aber deaktiviert die Fähigkeit, mit Diabolik 3 Überlebende zu verfolgen. Aber du kannst sie ja töten. Und unbegrenzte Dauer von Diabolik 3. Okay. Nice. Achso.